Superleichte Zeichnungen Hallo und herzlich willkommen zum Kanal Superleichte Zeichnungen. Heute werden wir Peppa Pig und ihre Großeltern auf einem Motorrad mit Beiwagen zeichnen und ausmalen. Lasst uns anfangen zu zeichnen. Zuerst werde ich den Beiwagen des Motorrads zeichnen, in dem Peppa und George sitzen werden. Ich zeichne das Rad und den Hauptteil des Motorrads. Jetzt lasst uns Peppa Pig zeichnen. Ich zeichne ihre Augen und ihre Motorradbrille, dann ihre Nase und die Form ihres Kopfes. Sie trägt einen Helm und einen Kreis für ihre Wange. Jetzt zeichne ich ihren Mund. Ich zeichne ihren Körper und aus Sicherheitsgründen hat sie den Sicherheitsgurt an. Jetzt zeichne ich den kleinen George neben ihr. Ich zeichne seine Nase und die Form seines Kopfes. Er hat die gleichen Accessoires. Erstaunlich! Ich zeichne das Motorrad, auf dem Opa und Oma sitzen. Ich zeichne das Motorrad, auf dem Opa und Opa und Opa-Pig wird fahren, also werde ich sie vorne zeichnen. Sie trägt auch den Helm und Brille. Dann zeichne ich ihre Nase und die Form ihres Kopfes. Ich zeichne ihren Mund und einen Kreis für ihre Wange. Ich zeichne ihren Körper und ihre Arme. Sie hält ihre Hände am Lenker. Hinter ihr zeichne ich Opa-Pig. Er trägt auch einen Helm und eine Brille. Seine Nase und die Form seines Kopfes. Jetzt zeichne ich seinen Mund und einen Kreis für seine Wange. Ich zeichne seinen Körper, seinen Schwanz und seine Arme. Erstaunlich! Was für eine großartige Familie! Jetzt benutze ich diesen dicken, schwarzen Marker, um unsere Zeichnungen besser sichtbar zu machen. Fangen wir mit dem Ausmalen an. Zuerst male ich Pepper aus. Ich benutze diesen rosa Marker für ihre Haut. Für ihren Mund benutze ich zwei verschiedene Rottöne. Dann verwende ich helles Lila für ihre Wange. Rot. Für ihren Helm benutze ich gelb. Dann male ich ihre Brille braun aus. Jetzt male ich George Pig aus. Rosa. Helllila. Der Helm wird blau. Dann male ich die Brille braun aus. Und jetzt male ich den Beiwagen aus. Ich benutze Rot. Dunkelrot. Grau. Und Gelb. Jetzt male ich Oma Pig aus. Ich benutze rosa für ihre Haut. Helles Lila für ihre Wange. Für ihren Helm benutze ich Fuchsia. Dann habe ich ihre Brille braun angemalt. Für die Motorradjacke verwende ich schwarz. Und jetzt male ich Opa Pig aus. Jetzt male ich Opa Pig aus. Für seine Haut benutze ich diesen rosa Marker. Helles Lila. Für seinen Mund benutze ich zwei verschiedene Rottöne. Für seinen Helm verwende ich Aquablau. Dann male ich Opa Pig aus. Dann male ich seine Brille braun aus. Und dann male ich seine Brille braun aus. Blau. Ich male auch seine Jacke schwarz an. Schließlich male ich den Boden grau aus. Und füge ein wenig Brün im Hintergrund hinzu. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ein Like und abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.